Herzlich Willkommen zu MyPodcasten. Ob wir das geübt haben? Ja. Definitiv, definitiv. Und das nicht nur einmal. Herzlich Willkommen zu einem Podcast, der MyPodcasten die 12. Reden wir nicht drüber. Herzlich Willkommen zu einem Podcast, ich versuche es nochmal und bleibt ganz streng. Zu einem Podcast, der für viele Schlagzeilen sorgen wird. Zu einem Podcast, der uns durch die Augen und den Kopf eines Profis blicken lässt und der uns mitnimmt auf eine Reise, die viele von uns gern selbst erlebt haben. Aber der Mann hat so eine Reise erlebt, die prägend ist, unterhaltsam, spannend und da gibt es so viele Dinge zu erzählen, so viele Geschichten aufzurollen, die wir alle hören wollen. Deswegen ist es umso besser, dass ich hier sitze und mir das persönlich anhören zu dürfen. Und deswegen ist es umso besser, dass wir das Ganze aufnehmen. Audio- und videotechnisch. Damit man das ganze Package bekommt. Weltweit. Weltweit abrufbar. Auf VHS auch noch zu haben. Das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Wer weiß das so genau in Zeiten von Social Media. Aber tatsächlich kann man das überall abrufen, wo man denn will. Auf Spotify, auf YouTube, auf unserer Website von MH Sports Agents. Und ich glaube, ihr werdet jetzt in der Beschreibung alle Infos finden, die es braucht. Im Notfall Google. Ja, und ich muss halt noch darauf vorbereiten, dass es sein kann, dass neue Moderatoren kommen. Weil wenn du das so weitermachst, werden wir dich tauschen. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt die zwei Folgen noch hier bin. Und wie ihr dann weitermacht, das ist dann eure Geschichte. Aber ich wünsche euch viel Glück und zwei Toi Toi. Okay. Aber du hast ja noch die Chance, dich hochzuarbeiten. Ja. Dass du langfristig gesehen wirst. Gut, dass du nicht gesagt hast, hochzuschlafen. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist sehr, sehr nett von dir. Carsten, wir werden viele Gäste haben in den nächsten Wochen. Viele Gäste, die du kennengelernt hast im Laufe der Zeit, die mindestens genauso viel zu erzählen haben. Wir haben wirklich Themen, über die ich mich stundenlang unterhalten könnte. Und ich freue mich extrem. Was interessant wird. Ich freue mich extrem, dass wir das machen. Das wird wirklich eine Mördergeschichte. Und ich freue mich, dass ihr auch zuhört und zuseht, weil ich glaube, das sollte man nicht verpassen. Ich denke genau das Gleiche. Also wir werden sicher spannende Themen mit den Gästen erörtern können. Ich werde deine Sichtweise, weil das ist ja nicht so oft, dass ich jetzt jemanden kennenlerne, so intensiv, der dann Fragen stellt und erklärt, wie er mein Leben gesehen hat. Du hast ja das anders gesehen als ich. Ja. Du hast zum Beispiel vorhin erzählt, Carsten Janker, Fußballgott. Du hast das früher gar nicht so mitbekommen, beziehungsweise... Also mitbekommen schon. Anders mitbekommen als heute. Oder du denkst darüber anders als heute. Nein. Ich weiß es noch mehr zu schätzen. Also es ist halt schon geil. Du wirst aufgerufen und dann sagen sie, wir rufen 70.000 Fußballgott. Das war schon Gänsehaut pur jedes Mal. Oder du hast das Tor gemacht und ich habe halt ein paar Tore gemacht. Und bei den Heimspielen war es dann halt, dass 70.000 das gerufen haben. Aber ich weiß es halt noch mehr zu schätzen, jetzt mit 46. Aber wie kriegt man es hin, dass man, wenn die Leute, und sagen wir jetzt mal 70.000 Leute, deinen Namen rufen mit Fußballgott, wie kriegt man es da nicht hin, dass man gerade in der Linse ist und man sieht, dass der Spieler einfach nicht lächelt, sondern der ist so fokussiert. Wenn ich meinen Namen gerufen gehöre, dann würde ich mir denken, wahnsinnig. Chef. Würde ich so grinsen. Kevin Chef. Ja, zum Beispiel. Du bist ja im Spiel. Noch einmal. Also du kriegst das schon mit. Und ich habe einen Kollegen von Rapidzeit, der war zu Besuch und der hat mir dann erzählt, wie er das wahrgenommen hat, weil er war total überrascht. Du? Ja? Fußballgott? Ja, aber du kriegst das als Spieler nicht so extrem mit. Also wie du halt sagst, du bist in dem Fokus, bist in dem Spiel. Aber du kriegst das schon mit, wenn 70.000 deinen Namen rufen. Also das ist schon geil. Ich finde das auch deswegen so unglaublich cool, dass wir das machen, weil ich glaube, in Zeiten von Corona hat jeder Sportler und jeder Sportfan die Doku von Michael Jordan gesehen. Da hast du so einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Also so ehrlich müssen wir sein. Herr Michael ist halt schon noch der His-Ernest. Also noch einmal. Steht bei Michael Jordan in der Wikipedia-Description Fußballgott drinnen? Nein, nicht Fußballgott, aber His-Ernest. Ja, okay, gut. Ja, vielleicht war der Vergleich, okay, von mir aus, du bist zu bescheiden, aber wir werden tatsächlich... Aber man muss halt schon die Kirche. Ja, okay, gut, okay. Ich wollte dich einfach nur ein bisschen... Ja, aber herzlichen Dank. Ja, okay, gut. Also vielleicht wird es doch die nächste Folge. Ja, ich gebe mir gerade Mühe für die nächste Folge. Ja, ich habe das gerade. Aber tatsächlich freue ich mich sehr, dass wir diesen Blick hinter die Kulissen bekommen, dass du wahrscheinlich auch Geschichten und Geschichten erzählen wirst, die so noch niemand gehört hat. Das wird das Thema sein. Also wir werden Geschichten ansprechen oder es geht ja auch darum, wahrscheinlich... Ich weiß ja nicht, welche Fragen kommen. Also es geht ja auch darum... Ich sage es auch nicht. Und ich werde es halt versuchen, so ehrlich, nicht versuchen, ich werde so ehrlich wie möglich darauf antworten und das zu erzählen, was wirklich vorgefallen ist. Also jetzt nicht einfach, ja, das war so, sondern wie es in einem vorgegangen ist, egal, was jetzt wahrscheinlich irgendwann bei dir kommen wird, weil du ein Manchester-Fan bist, was 1999 passiert ist, dann nach dem Spielen mit uns. Spoiler! Ja, ja. Was? Was ist Spoiler? Ja, ja. Englisch ist nicht so gut. Ja, 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 okay. Über dein Chinesisch, weil man auch noch reden würde, dein Italienisch. Oh ja, ein paar Kollegen. Ja, wir haben die Top-4-Ereignisse, haben wir mal zusammengefasst. So viel? Doch, es sind dann doch vier geworden. Bei einem haben wir ein bisschen geschummelt, aber passt schon. Und bevor wir aber das machen, darf ich noch kurz sagen, dass wir alle zwei Wochen auf jeden Fall mal eine neue Folge planen, zu veröffentlichen. In Zeiten von Corona ist das immer wieder schwierig mit der Organisation. Aber alle zwei Wochen und vor allem immer wieder... Hast du einen Corona-Test gehabt? Klar. Also ich hatte diese Woche einen. Klar. Okay. Aber ist das Baby-Elefant? Nein. Doch, das ist eineinhalb Meter. Das ist ein Special-Effekt. Hier, da können wir alles Photoshop-mäßig machen. Wir haben auch immer wieder Gäste mit dabei. Du hast nämlich ein sehr breites Telefonbuch. Nicht nur ich. Ja. Das wurde ja zusammengefügt. Ja, ja, ja. Aber trotzdem werden wir all diese Kontakte ausnützen und genauso befragen wir dich. Und ich glaube, die Themen, die wir vorbereitet haben, an eurer Stelle, ich würde wirklich immer einschalten, abonnieren, alles Mögliche, damit ihr das nicht verpasst. Special-Effekt in 3, 2, 1. Gut. Vorbei. Wir sind wieder zurück mit einem Trikot für alle Zuhörer, die gerade nicht zusehen, noch nicht zusehen. Ich habe ein Trikot an von meinem Verein. Und das ist ein Verein, den du wahrscheinlich nicht mehr so gerne haben wirst, nachdem was passiert ist 1999. Boah, das ist schon ein cooler Verein, gehört damit zu den größten Vereinen der Welt, aber 1999 habe ich es nicht gerne gemocht. Ja. Wir, für die jungen Zuseher und Zuhörer, die vielleicht das noch nicht so mitbekommen haben, 1999, eins der legendärsten Finalpartien, die es in der Champions-League-Geschichte gegeben hat, redete man heute noch drüber. Und ich finde es gut von dir, Gott sei Dank, so hat man ein Megaproblem gehabt, dass du das hier mittlerweile mit einem kleinen Lächeln annehmen kannst und nicht böse bist. Aber immer ein ganz kleines Lächeln. Ja, ein ganz kleines Lächeln. Tatsächlich war das wahrscheinlich die schlimmste Partie, die du je erlebt hast? Meine schlimmste sportliche Niederlage, ja. In deiner ganzen Karriere? Ja. Das war ja ein ordentliches Ding, in 90 Sekunden die Champions-League-Verlieren ist schon ein Hammer. Besonders, wenn du besser bist. Du hast auch ein WM-Finale verloren, aber das war nicht so schlimm, weil du wieder sichere Sieger ausgesehen hast in der Partie 1999. Du sagst es richtig, du hast Fußballverstand. Nein. Nein, hast du wirklich nicht. Wenn es nach dir geht, habe ich es lange nicht verstanden. Nein, nein, nein. Aber es war die bitterste Niederlage. Ganz klar, brauchst du nicht darüber diskutieren. Niederlagen tun weh, aber man muss natürlich aus den Niederlagen was nehmen. Und das haben wir natürlich. Also wir haben aus 1999, aus dieser bitteren Erfahrung schon was rausgenommen. Also das war unser, dieser Frust, den haben wir mitgenommen zwei Jahre. Also das Jahr darauf waren wir im Halbfinale, das Jahr darauf waren wir dann im Finale und haben es dann auch gewonnen. Aus dieser Niederlage haben wir auch unsere Motivation genommen, mit unserer Motivation. Motivation. Eins, zwei, drei. Chronologisch, das Finale, vor dem Finale 1999. Anpfiff, Abpfiff, verloren, traurig, Motivation. Ganz kurz. Ja. So wie es die Herren wollten. Ja, ja, ja. Wir waren zu lang, du warst zu lang ab, nicht? Zusammengefasst. Ja, alles klar. Ich habe mir nämlich gedacht, ihr habt United schon in der Gruppenphase nämlich auch schon gegen die gespielt. Zweimal unentschieden. Ja. Und bei einem Spiel... Dass du das noch weißt, ich hätte es nicht mehr gewusst. Bei einem Spiel habt ihr nämlich auch... Da waren wir noch in zwei Gruppen. Ja, genau. Da gab es noch zwei Champions-Gruppen. Ja, genau. Spannender als der Modus dieses Jahr, in dem es nur ein Spiel gab? Glaube ich nicht. Sehr verengt? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es für die Zuschauer richtig spannend war. Zwar ohne die Zuschauer, aber die hatten diese K.O.-Spieler, ne? Ja. Also, gehen oder bleiben. Oh, okay. Also, es ist schon... Ich glaube, für den Zuschauer... Du bist... Ich bin auch Zuschauer, aber ich bin halt schon... Ja, ja, ich bin ja jetzt auch Zuschauer. Stimmt, ich spiele ja nicht mehr da. Aber ich sehe es noch anders, glaube ich, als du. Ja, aber du sagst... Ich konnte auch... Du warst doch früher Zuschauer. Du warst ja auch früher Fußballfan. Ja, ich habe viel Fußball geschaut. Ich schaue immer noch viel Fußball, ja. Dann bin ich halt auch ein Fußballzuseher. Du warst ja nicht von Anfang an Bayern-Fan. Nein, als erstes war es Hansa Rostock, ja. Ist das deine erste große Liebe gewesen? Fußballrisch, ja. Also auch in Deutschland zu der Verein, zu dem du... Ja, mit dem bist du groß geworden. Also, ich bin da mit zwölf hin und habe da vier Jahre verlebt im Internat. Sehr eingekastelt, weil ich komme aus dem Osten. Also, es war halt schon sehr streng. Sechs Uhr aufstehen, sieben Uhr Frühstück, sieben Uhr dreißig Schule, elf Uhr Training. Wieder Mittagessen, Schule, Training, ins Internat, Hausaufgaben, schlafen. Also, so ging es halt von Montag bis Freitag. Also, es war halt dann schon etwas stressig. Aber ich denke mal, das hat mich auch geformt. Das ist ein guter Teaser für die übernächste Folge. Da reden wir nämlich über Fußball als Maschine. Und wenn du das so erzählst, denke ich mir, was man als Fußballer mittlerweile leisten muss oder immer schon leisten muss. Es ist müssen, aber es ist doch nicht... Ich mache doch mein Hobby zum Beruf. Und da ich nur einen Körper habe, muss ich den auch pflegen. Ich kann das nicht ganz unterschreiben. Mein größter Wunsch wäre es gewesen, Fußballer zu werden. Aber das Talent hat nicht gerecht. Das hast du jetzt gesagt. Aber wie siehst du das? Falsche Entscheidungen von Trainern? Nein, definitiv nicht. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay. Reden wir nicht drüber. Okay, das ist ja nächstes Thema. Aber wir müssen das noch aufschreiben. Vielleicht ist es ja auch ein anderer Moderator. Das wissen wir immer noch nicht ganz genau. Carsten? Okay, Carsten. Du bringst die Leute noch auf dumme Gedanken. Das wollen wir nicht. Also ihr könnt auch voten. Wo kann man irgendwo voten? Seid ihr zufrieden mit Kevin Schäff? Können wir über das Finale reden? Über das Finale, was mich wirklich gefreut hat? Ja, gut. Ich zahle jetzt alles heim. Also 99 hast du verloren. Du hast diese Motivation genommen und dieses Finale war unglaublich. Nein, nein, nein. Nicht in der Ich-Form, sondern wir. Also jetzt diese negative Motivation. Motivation, also dieser Frust haben wir dann in Motivation umgebaut, um diesen Titel irgendwann mal wieder zu holen. Diese Frust hat sich ein paar Monate bei dir angesetzt, in dem so ein verschlaflose Nächter hat es. Wir müssen nicht über diesen Fallrückzieher reden, der... Ja, aber doch, weil du ja die Nächter ansprichst, müssen wir ja über den Fallrückzieher sprechen. Weil ich diesen Fallrückzieher wahrscheinlich in neun von zehn Fällen reingemacht habe und der zehnte ging an die Latte. Was war bei dem zehnten Mal? Ein Millimeter auf dem Fuß, anderthalb Millimeter tiefer und das Ding ist drin. Aber es gibt halt so Spiele, die sollst du dann auch nicht gewinnen. Und die kannst du dann auch nicht erklären, warum es so gelaufen ist. Weil wir haben ja nicht viel verkehrt gemacht. Wir haben halt nur bei zwei Ecken nicht gut verteidigt. Nicht viel. Aber es hat gereicht, um die Champions League nicht zu gewinnen, 99. Kommen da eigentlich die Gegenspieler auf euch zu und sagen, hey, es ist zu mir echt leid, ihr habt ein super Spiel gespielt? Ja, ich glaube, dass wir uns auch nach der Niederlage gut verhalten haben und uns auch schicken mit den Manchester-Spielern und die auch gekommen sind. Aber das gehört auch dazu. Bei solchen Situationen und bei solchen Szenen, wenn man die sieht, auch jetzt... Was ich überhaupt nicht mag, ist dieser Spalier, der jetzt neu ist. Dass der Verlierer sich... Oder als erstes kommt jetzt der Zweitplatz, der Gewinner steht und dann kommt der Verlierer da noch hin. Also es sollte man auf dem Platz schicken, das wäre okay, wenn man dann irgendwie... Aber diesen Spalier finde ich grausam. Weil das nochmal so in die Wunde rein? Nicht so, sondern mit so einem großen Messer nochmal rein. Finde ich persönlich. Ja, wahrscheinlich auch die Geister sagen viele aus Respekt und aus Ehre, aber ich würde auch mir denken, kann ich nicht einfach irgendwo in eine stille, heimliche Ecke... Nein, also man sollte den Respekt, also man sollte auf dem Platz bleiben, man sollte dem Gegner gratulieren. Aber ich finde diesen Spalier einfach nicht gut. Habt ihr diesen Spalier 2001 bekommen? Ja, da gab es das noch nicht, glaube ich. Gab es noch nicht? Nein, nein, nein. Weil 2001... Und wir waren auch noch auf dem Platz, da wurde die Siege-Ehrung. Jetzt ist doch immer, dass sie so eine Tribüne aufbauen und dann hochgehen. Ja, mittlerweile mit Corona ist alles anders. Na, es hat nichts mit Corona zu tun. Okay. Ja, ich finde auch, bei diesen Zeremonien, wo man bei den Zuschauern stand, fand ich nicht so cool, ehrlich gesagt. Als wenn auf dem Platz irgendwas aufgebaut worden ist. Ja, voll. Und dann macht man noch die Runde am Platz und ich weiß nicht, bist du näher bei den Zuschauern auch irgendwie lustig und cool, aber ja. Außer die Zuschauer, die auf der Tribüne sind, wo die Tribüne ist, also von der Feier. Wenn ich Zuschauer im Stadion in der Situation wäre, würde ich mir denken, geil, was besser ist, kann ja nicht passieren. Du bist direkt neben den Spielern, wenn sie gerade feiern. Aber ich habe das auch lieber gehabt auf der Mitte. Ja? Ja. Warum? Wie du das erklärt hast. Okay. 2001 kam die Genugturm. 2001 am Weg nach Mailand kam dieses Plakat. Es ist Zeit, Geschichte zu schreiben. 25 Jahre. 25 Jahre. Heute ist Zeit, um Geschichte zu schreiben. So war es ja, glaube ich. Und ihr habt das als Spieler alle mitbekommen? Wer hochgeschaut hat und lesen kann, hat das sicher mitbekommen, ja. Es war nicht zu übersehen. Extra-Modivation? Ja, war schon cool. War schon auch wieder so ein Gänsehaut-Moment. Das Spiel hat aber nicht gut begonnen. Nein. Gleich ein Elfmeter gegen uns, 1-0 hinten. Aber du hast doch noch ein bisschen Zeit, das aufzuhalten. Natürlich ist es ein kleiner Tiefschlag. Aber wir hatten schon einige Tiefschläge. Also denke ich, haben wir uns auch von dem sehr gut erholt. Und der Fallrückzieher ist die eine Geschichte. 1999. Dass du den Elfmeter 2001 rausgeholt hast, ist die andere Geschichte. Ja. Zum Glück, ja. Also es hat uns dann ein Spiel zurückgebracht zum 1-1. Dann gab es dann die Verlängerung. Und das war ja das Finale der Elfmeter. Weil es ging ja dann noch um das Elfmeterschießen. Und es wurden, glaube ich, keine Ahnung, 20 Elfmeter geschossen. 18. Und auch das hat nicht gut begonnen. Gleich verschossen. Erster Elfmeter. Tiefpunkt. Aber der Oli hat alles ausgepackt. Und hat uns dann mit seinen Paraden die Champions League gebracht. Also denkt man sich da als Spieler, hey, wir haben Oliver Kahn im Tor. Der reißt das raus. Aber die Möglichkeit besteht, ne? Er war ja kein Schlechter. Ich meine, da war Kannisaris auf der anderen Seite. Ja, also es waren schon zwei sehr gute Torhüter in der Partie drin. Aber Elfmeterschießen ist ein Glücksspiel. Ich sage ja, entweder sagst du, du willst schießen, der Trainer bestimmt. Und du bist alleine mit dir. Du gehst auf das Tor, du entscheidest. Und der Torhüter kann nur gewinnen. Ist aber ein langer Weg bis zu diesem Torhüter. Das Tor wird kleiner. Du hast aber nicht geschossen beim Finale. Nein. Der Weg war mir zu lang. Ich war schon kaputt. Du bist jetzt mal klein gekommen. Nein, ich war kein Elfmeterschütze und ich habe irgendwie auch nicht gewollt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe in meinem Leben einen offiziellen Elfmeter geschossen, so am Pokalfinale 99, auch getroffen. Aber ich wollte eigentlich nicht. Aber irgendwann hätte ich schießen müssen. Wahrscheinlich. Aber der Olli hat es verkürzt. Du wolltest nicht, weil du Angst hast zu verschießen? Ich hatte nicht genug dicke Eier, glaube ich. Nicht Angst zu verschießen, sondern ich wollte einfach nicht schießen. Ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist. Ich wollte nicht schießen. Ganz einfach. Sag es, es ist Angst. Es ist menschlich, weil man sagt, hey, ich glaube, da gibt es gerade in dem Moment bessere Schützen als mich. Das zeigt ja auch Stärke. Ich weiß nicht, ob es Stärke ist. Ich finde es Stärke. Wenn du sagst, hey, ganz ehrlich, ich bin so ehrlich, ich will nicht... Ich habe mich auf jeden Fall nicht gemeldet, sagen wir mal so. Mir war aber klar, dass ich wahrscheinlich irgendwann drankomme. Ja. Ich meine, wenn alle gleich schießen oder gleich verschießen. War ja, dann hat sie sich irgendwie so hochgeschaukelt und dann habe ich gesagt, jetzt bist du bald dran. Und so Ansprachen von Teamkollegen vor dem Elfer schießen, motivierende Worte? Meine persönliche Einschätzung ist, dass du es selber mit dir klar machen musst. Es haben sicher welche... Ich glaube, vielleicht hat der Elfer was gerade der Trainer gesagt, ich weiß es nicht. Aber wie bist du in so einer Situation? Ich bin mit mir. Ich bin ja auch alleine, der da hingeht. Und ich schieße ja auch alleine. Okay. Also du bist da, du nimmst jetzt nicht irgendwie... Du warst ja 2001 dann doch schon länger bei den Bayern. Ich glaube, fünf Jahre waren es dann. Warst Stammspieler und warst eine... Warst noch jung. Du warst noch jung, du konntest dich noch bewegen. Für einen Faller und Ziel hat es 2001 nicht gereicht. Aber du hast trotzdem den Mund da in der Situation oder generell in der Kabine nicht aufgemacht oder warst du einer der lauteren Spieler? Weil ich habe dich als Coach gesehen. Darüber werden wir auch noch reden. Da kannst du dann schon ein bisschen lauter werden. Ja? Hast du es gehört? Hast du gestern aus der Kabine gehört? Ich habe alles gehört. Okay, passt. Nein, kann ich nicht mehr sagen. Also ich habe meinen Mund aufgemacht, wenn mich etwas gestört hat. Also das weiß ich ganz genau. Aber ich habe in der Situation vor dem Elfmeterschießen nichts gesagt. Ich war mit mir. Und jetzt haben auch viele andere waren mit sich beschäftigt. Du bist in der Situation nicht zusammen. Klar bist du immer noch als Mannschaft. Du machst diese Umarmung. Aber jeder Schütze ist mit sich, der denkt jetzt, das ist nicht böse gemeint, an die Mannschaft, sondern der denkt, ich will das Ding jetzt reinmachen. Und ich habe da, wir haben auf die Bayern-Fans geschossen. Ich will das Ding und wir wollen das Ding. Und wir wissen, jeder Fußballer weiß, das ist eine Fifty-Fifty-Geschichte. Ist zwar nur so ein Spruch, aber es kann so und so ausgehen. Aber hattet ihr jetzt irgendwie auch so Gedanken? Weil ich meine, Valencia war das ja davor im Finale und hat es verloren. Habt ihr euch vor dem Spiel gedacht, okay, da sind zwei Mannschaften, die genauso motiviert sind wahrscheinlich. Die wissen, wie es ist, wenn man ein Finale verliert. Beide Mannschaften wollen diesen Titel. Dann kommt es ins Elfmeterschießen, Fifty-Fifty. Da kann alles passieren. Aber du denkst ja noch nicht an die Niederlage. Du denkst ja, dass du gewinnst. Das haben die Valencia-Spieler gedacht und das haben wir gedacht. Und für uns ist es halt zum Glück gut ausgegangen oder sehr gut ausgegangen. Und ich glaube, das war nach dem Elfmeterschießen dein schnellster Sprint deiner Karriere zu Oliver Kahn. Wenn du denkst, dass es so war, muss ich dir recht geben. Na, wir haben uns alle gefreut. Du warst nämlich der Erste. Ich war, glaube ich, der Erste beim Oli, ja. Er hat sich auch gewundert, wie viel Gewicht angeflogen kommt. Über die Zeit bei den Bayern werden wir auch noch kurz reden. Und vor allem über deine Zeit im Ausland. Aber kurze Trinkpause. Ja. Also nimm lieber noch einen Schluck, weil der nächste Thema im Blog betrifft deine erfolgreichste Zeit in deiner Karriere. Sechs Jahre Seebernerstraße. Jupp. Als 22-Jähriger zu den Bayern gekommen, in eine Kabine voller Stars, Matthäus, Basler, Kahn, wie sie noch alle heißen, Klinsmann sogar. Ja. Du kommst in eine Kabine mit welcher Einstellung, mit welchem Gedanken? Fußballspielen. Nein. Trainieren. Natürlich ist man aufgeregt. Das sind die, die du aus dem Fernsehen gekannt hast. Lothar und Klinsy bei der WM 90 beobachtet und gefreut, dass sie einen WM-Titel gewonnen haben. Aufgeregt. Aber Fußball ist einfach. Du wirst da schnell zum Mitspieler. Das ist nicht so extrem, wie das die Leute denken. Fußball ist sehr einfach in der Kabine. Das ist meine nächste Frage. Und ich weiß nicht, ob dies so einfach zu beantworten ist. Weil ich, mein Traum wäre es gewesen, Fußballer zu werden. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Oder Trainer hat Schuld gehabt, glaube ich. Für die Hobbyliga reicht es. Aber. Ich habe andere Sachen gehört. Aber es ist noch nicht mal mehr für die Hobbylieder reich. Ich rede schon noch mit der Redaktion, Basler. Ja, okay. Schreibe ich mal auf. Ich weiß nicht. Und es ist eine wirklich ernst gemeinte Frage. Ich weiß nicht, wie viel Spaß es noch macht, bei den Bayern zu spielen. Warum? Du bist die ganze Zeit, 24-7, so unter Druck. Du musst non-stop davor. Funktionieren. Du musst funktionieren. Wenn du nicht funktionierst, viel Spaß mit den Leuten bei den Bayern, die ganz oben sitzen. Oder mit der Presse, mit dir selbst, weil du auch viel von dir selbst erwartest. Ich frage mich da immer wieder, wie ist es für Fußballer, die so weit oben stehen und so weit oben spielen. Macht das wirklich so viel Spaß, wie man es sich vorstellt? Solange du gewinnst, ja. Aber du kommst natürlich auch in negative Spiralen vielleicht mal. Und dann wird der Druck halt noch immenser. Aber man muss versuchen, damit umzugehen. Also es ist halt nicht einfach. Du bist halt die ganze Zeit im Fokus. Es ist halt noch extremer. Zu meiner Zeit war jetzt noch, jetzt gehst du raus. Jeder macht ein Selfie und sieht, was du tust. Du musst noch mehr für den Fußball tun. Also weil du einfach noch mehr weißt, was gut für dich ist. Ob jetzt von der Ernährung oder was du zusätzlich machen kannst. Extra Training, wie du den Urlaub verbringst. Das Ganze ist ja viel größer geworden. Und der Fußball ist ja noch größer geworden, als er schon bei mir war. Aber du musst halt klar werden. Du musst mit dem Druck versuchen, klar zu kommen. Und natürlich kannst du auch daran scheitern. Würdest du dann sagen, es ist heute sogar schwieriger, Fußballer zu sein? Nein. Als früher? Nein. Jede Zeit hat seine Phasen, wo es einfacher oder schlechter ist. Aber ich würde jetzt auch noch Fußballer sein, so wie ich auch zu meiner Zeit gerne Fußballer war. Ja, weil wenn du sagst, mittlerweile kannst du ja jeden... Ja, aber ich habe trotzdem mein Hobby zum Beruf gemacht. Noch einmal. Es gibt nichts Schöneres. Danke, danke. Und ich bin immer noch froh, dass ich, ich bin ja jetzt Trainer, dass ich dieses Hobby immer noch weiter ausüben darf. Weil du einfach alles drin hast. Emotionen, du arbeitest mit Leuten zusammen, du arbeitest auch mit jüngeren Leuten zusammen. Deshalb haben wir auch einen jüngeren Moderator für heute geholt. Noch, ja. Ja, weil wir haben schon ein paar ältere jetzt die Zuschauer. Machen wir das schnell. Okay, passt. Nein, Fußball ist einfach geil. Ich frage deswegen so blöd, weil ich mir denke, ja, das ist meine Aufgabe, das ist mein Job. Na, ich habe gehört, es gibt keine blöden Fragen. Es gibt nur blöde Antworten. Ja, okay, von mir aus. Aber du hast halt jetzt zum Beispiel, sagst du selbst, du bist Trainer. Du warst der erfolgreiche Co-Trainer auch bei Rapid jahrelang. Jetzt bist du Trainer von FC Machfeld Donau und in der Regionalliga. Ihr könnt jetzt bald, wenn ihr so weitermacht mit dem Tempo von der Vorsaison, in die zweite Liga aufsteigen. Weil dein Ziel ist es, nochmal die Champions League-Hymne zu hören. Ja, das waren halt sehr, sehr schöne Erlebnisse in der Champions League. Das ist halt immer noch wieder was Besonderes. Du hörst die Champions League-Famphare und spielst halt gegen die stärksten Mannschaften in Europa. Wir haben jetzt eine Champions League-Saison gesehen. Die zah war. Die zah war, ja, aber dann trotzdem sehr, sehr spannend war. Und vor allem Halbfinalpartien mit drei deutschen Tränen, drei jungen deutschen Tränen. Gibt dir das nochmal so besonderen Anreiz oder denkst du dir, ja, das... Bin ich ja sogar schon älter fast, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, als Nagelsmann auf jeden Fall älter. Hansi ist älter. Hansi ist älter, ja. Und Tuchel dürfte mein Jahrgang fast sein, oder? Du erlebst die Spieler jetzt doch ganz, ganz anders als Spieler und als Trainer, oder nicht? Ist es angenehmer als Trainer oder angenehmer als Spieler? Spieler. Schon, weil... Weil du das ja los wirst, deine Energie. Als Trainer nimmst du das ja alles mit. Das ist in deinem Schädel, das ist in deinem Körper. Deshalb musst du ja versuchen, einen Ausgleich zu finden. Also ich versuche meistens laufen zu gehen, war aber jetzt sehr nachlässig. Aber du brauchst... Sieht man ja. Ja, ja, ja. Deswegen habe ich auch... Das habe ich schwarz an. Ich wollte eigentlich noch das Streifen, aber das ist nicht ausgegangen. Das war eine gute Entscheidung. Ja, ja. Dass die Streifen nicht so waren. Nein, ja. Okay. Du willst als Trainer, hast du diesen Ausgleich nicht. Als Spieler hast du das... Das war es als Trainer auch das nächste Spiel, aber der Trainer hat das, muss das ja auch noch für die Spieler denken, dann wieder das Training und so. Das ist halt schon schwieriger. Lieber Spieler, ja. Aber das andere macht mir auch Spaß. Thomas Müller sagt, wenn es gut läuft, dann ist es die Leistung vom Trainer. Wenn es scheiße läuft, dann ist es das Verschulden vom Trainer. Kannst du das so beschreiben? Ja, der Trainer ist eine Hauptverantwortung, ja. Ist der Trainer immer schuld? Nein, nicht schuld. Er ist auch nicht schuld, wenn es gut läuft. Er gibt auch seinen Beitrag dazu, so wie es die Mannschaft macht. Der Trainer gibt was vor und er gibt auch seinen Beitrag. Aber es ist nie immer nur der Trainer. Aber der Trainer ist immer der, der in der Verantwortung steht. Und du hast Wahnsinns-Trainer erlebt im Laufe deiner Karriere. Allein bei den Bayern mit Hitzfeld und Trapattoni. Du hast auch für dich selbst wahrscheinlich, für deine Entwicklung als Trainer viel mitgenommen. Ja, immer von, ich will halt schon alleine, mein Trainer sein, Carsten Janka. Aber du nimmst natürlich was mit. Du nimmst vom Hitzfeld was mit, was du vielleicht machen möchtest, aber was du auch nicht machen möchtest. Vom Trapattoni nimmst du was mit, was du nicht machen möchtest. Aber auch was du machen möchtest. Aber du musst halt trotzdem als Trainer immer noch du sein. Also das Beste, was dir passieren kann, also die besten Eigenschaften von jeden verschiedenen Trainern, die du auch aneignen kannst. Es geht gar nicht um aneignen, du musst immer noch selber bei. Aber es geht um gewisse Situationen, wie er damit umgegangen ist, wie ist sein Umgang mit den Menschen, mit dem Umfeld gewesen, was auch immer, was das ganze Spektrum befasst. Das finde ich ja ganz spannend, weil über den Trapattoni zum Beispiel würde man jetzt denken, der ist ja launisch und da musst du aufpassen. Was? Ja, die Reaktion. Du hast das Gefühl, wenn ich jetzt vom Trapattoni denke, der hat in seinem Leben 1.000 Spieler gehabt, vielleicht mehr, ich habe keine Ahnung, aber so mal hochgerechnet 1.000 bis 1.500. Und ich glaube, dass er von jedem Spieler den Vornamen weiß. Der Trap war einfach genial. Er hat einen respektvollen Umgang gehabt. Er hat immer drauf gehakt. Er hat nur einmal einen Austicker gehabt und das war halt mit Flasche leer. Und da war auch noch die Übersetzung für ihn, glaube ich, nicht so das Richtige. Deshalb war Flasche leer und deshalb ist das halt akkult geworden. Aber ich glaube, mittlerweile kann er auch drüber lachen. Aber Trapattoni war schon, boah. Wie war denn die Stimmung? Oder habt ihr da irgendwie in der Kabine miteinander gesprochen nach der Pressekonferenz? Nein, er war schon sehr angefressen. Weil als italienischer Trainer, da kennst du das nicht, oder eigentlich sollte es überhaupt nicht, dass Spieler über die Presse über den Trainer reden. Das kennen die, das hat ihn ja so aufgeregt. Ich meine, in der Kabine, ihr Spieler untereinander, wo den Tuch heute ausgezockt hat, müssen wir aufpassen. Nein, wir kamen, einige waren halt so wie der Strunzi, war halt schon sehr überrascht. Aber es gab dann halt immer ein paar Späße und dann ging es halt, boah, hast du ja wieder ein Spiel. Also musst du ja wieder konzentrieren. Aber es hat uns ja sehr lange begleitet. Also damals war ja noch Stefan Raab sehr präsent. Der hat das, glaube ich, sehr, sehr oft gespielt. Deine Zeit bei den Bayern, wie siehst du die? Ja, die erfolgreichste Zeit meiner Fußballkarriere. Ich habe alles gewonnen, was zu gewinnen war. Also wir haben die Champions League, Deutscher Meister. Und was damals noch nicht so intensiv oder so hoch gehandelt worden ist, war die Fußball-Weltmeisterschaft für Mannschaften. Also dieses Finale gegen Bocca Juniors, glaube ich. Du bist die beste Mannschaft der Welt gewesen. Also die erfolgreichste Zeit meiner Fußballkarriere und auch eine sehr schöne Zeit. Und diese Zeit hat dann ihr Ende gefunden, bei den Bayern zumindest. Und du bist nach Italien gewechselt. Auch darüber werden wir in der nächsten Folge vor allem viel darüber reden. Aber da hast du auch noch mal eine ganz andere Mentalität mitbekommen. Vielleicht auch ein anderes Training? Natürlich. Wann habe ich denn das italienische Training kennengelernt? Dass du zum Beispiel mal eine Stunde nur Einwürfe übst. Aber es ist nicht so, dass du das noch speichert? Also hast du das richtig verstanden gerade? Ja. Eine Stunde Einwürfe. Ist wirklich passiert? Ja. Du wirst deppert. Also man kann sich das ja rausnehmen. Das kannst du vielleicht zehn Minuten. Aber du hast halt Spielzüge eine Stunde gemacht. Auf einen Torwart. Also es war halt schon eine Umstellung. Also du hast halt manchmal auf dem Platz gestanden und nur Spielzüge gemacht oder so. Und es waren halt auch sehr lange Trainings. Die Vorbereitung ging drei Wochen am Stück. Ein Nachmittag war frei. Bei 21 Tagen. Wie schaut das jetzt? Nehmen wir uns nochmal mit hinter die Kulissen. Man hat ja jeden Tag ein Training. Ja, wo jetzt? Sind wir jetzt in Italien oder sind wir allgemein? In Italien. Jeden Tag nicht nur ein Training oder generell. Zwei Trainings. Als Fußballer hast du manchmal zwei Trainings. In der Vorbereitung? In der Vorbereitung? Ich habe ja gerade, ich habe jetzt Italien. Ja. Angekommen. 21 Tage Vorbereitung. 21 mal zwei. 42. Okay. Minus ein Training. Okay, dann sind wir bei 41. Ungefähr 41 Trainingseinheiten plus Spiel. Also inklusive Spiel. Deine Zeit in Italien war? Scheiße. Scheiße? Ja. Warum? Weil einfach nicht der Fußball war, der zu mir gepasst hätte. Und ich war schlecht. Ich habe nicht gut performt. Und ich war auch noch ein Jahr verletzt mit einer Schambeinentzündung. Also deshalb unzufrieden. Lebensweise richtig cool. Ja, also dreiviertel Stunde ans Meer nach Grado. Zehn Kilometer von San Daniele oder Daniele? San Daniele glaube ich, wo es den Schinken gibt. Also es war halt schon vom Leben richtig cool. Sportlich war es richtig miserabel. Dann bist du für eine kurze Zeit zu Kaiserslautern gewechselt? Zwei Jahre, ne? Zwei Jahre, ja. So wie Italien. Dann war ja Italien auch eine kurze Zeit. Ja, aber noch kürzer war es tatsächlich in China. Ich hatte ja nur sechs Monate Vertrag in China. Also es kam das Angebot. Ich hatte zwar einen Vertrag in Kaiserslautern, aber das war halt dann mit dem Abstieg kein Thema mehr und hatte ein Angebot aus China. Und das Geldangebot war sehr gut und deshalb habe ich diesen Vertrag auch angenommen. So ein Wechsel nach China, auch darüber werde ich noch genauer sprechen, aber so ein Wechsel nach China ist, glaube ich, bei den Spielern beliebt, bei den Fans gar nicht. Das ist heute nochmal viel schlimmer als früher. War das früher? Wurde das kritisiert früher? Bin ich dafür verantwortlich. Ich habe Ja gesagt zu diesem Vertrag und dass ich da sehr gutes Geld verdiene und deshalb bin ich auch gegangen. Also es gibt keinen Hintergrund, ich wollte China kennenlernen, sondern das Geld hat gestimmt. Und dann nochmal zu Mattersburg. Da gibt es ja mittlerweile... Es gab ja die Geschichte, ja, Schwierigkeiten. Eigentlich wollte ich nach China aufhören und dann hat sich Mattersburg noch ergeben. Und darüber war ich glücklich. Also ich habe dann nochmal zweieinhalb Jahre sehr gut gespielt. Ja, wir haben auch international gespielt und hatte noch eine sehr schöne Zeit. Und die hat uns dann das Leben, auch zum einen Leben in Österreich, weil wir jetzt den Lebensmittelpunkt in Österreich haben, sehr einfach gemacht. Du hast das Single Schiff rechtzeitig verlassen. Boah, das ist schon lange her, ne? Also wann bin ich gegangen aus Mattersburg? Wann habe ich aufgehört? 2010? 2010. 2010 ist mein Vertrag geendet. Also deshalb. Und was... Leider ist es halt jetzt negativ und Mattersburg hat ein paar Probleme und ist halt insolvent. Den Verein gibt es nicht mehr. Schade. Was mich nochmal persönlich interessiert, wenn man dann seine Karriere beendet. Machst du einen auf Cantona oder was? Ja. Mach es bitte runter, ehrlich. Danke, Mama und Papa. Ja. Ich bin ein bisschen älter als du. Ja. Aber mach hoch, wenn du es wirklich hochtragen willst. Nein, nein, nein. Ich dachte, es wäre cool und hip und so. Also hast du ja schon den Backcam, entweder Cantona oder Backcam. Ja, manchmal braucht man die goldene Mitte. Wenn du denkst, dass das die Mitte ist. Reden wir über die WM 2002. Das war eine WM, wo du überraschenderweise für manche dann doch dabei warst. Ja, also ich war vorher bis zur WM-Kollikation war ich Stammspieler und habe dann eine schlechte Saison gehabt bei Bayern und habe halt in der Bundesliga nicht getroffen. Nur im Pokal, aber das hat damals nicht gezählt. Und der Rudi Völler hat halt zu mir gestanden und hat mich mitgenommen. Und bin dann noch als Stammspieler zur WM gefahren. Habe dann drei Spiele von Anfang an gemacht. Und dann war für einige überraschend. Ich war natürlich froh. Mein großes Ziel war nach der Champions League auch eine WM zu spielen. Also ich wollte, ich war auch der Erste, der gesagt hat, ich will Weltmeister werden. Ich fahre da nicht nur hin, um Sushi zu essen. Obwohl ich keinen Sushi esse. Was? Ich mag keinen Sushi. Sau lecker. Aber konzentrieren wir uns auf den Fußball. Du hast nämlich ein Tor geschossen, hast oberkörperfrei gejubelt und wurdest damit, was dir Freddy Luebenberg und David Beckham erst danach nachgemacht haben, wurdest somit zum Star in Asien. Ja. Der Körper wurde zum Star in Asien. Nicht mehr denkbar. Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn, was das war. Ich bin auch immer noch völlig überrascht, wie das ausschaut und wie ich jetzt ausschaue. Aber das ist halt so. Früher besser oder jetzt besser? Okay, Entschuldigung. Du kommst auch noch in die Gasse. Ja, ich weiß, ich hoffe nicht. Aber du bist eigentlich schon fast. Ich bin noch weg bei den, ja. Nachdenken wir nicht drüber. Und dieses Finale, ich meine auch, man sagt ja immer, Deutschland ist so eine Turniermannschaft. Ja, das haben sie oft genug bewiesen. Oder das haben wir. Ich rede schon. Ja. Das haben wir oft genug bewiesen. Weil ich habe auch noch eine Euro gespielt. Das darf man auch nicht vergessen. Auch wenn die nicht prägend war. Ja, die haben wir vergessen. 24 Vorrunden aus? Nein, 2000. 2000 noch? Vorrunden aus. Yeah. Oder 2000 war das, ja. Waren alle elf Spieler, glaube ich, in Flaschen auf der ersten Seite in der Bild-Zeitung. Das ist mal richtig geil. Das klingt nach der Bild-Zeitung auch. Ja. Gute Kritik wollen wir. Vielen Dank. Wo sind wir jetzt? Da steht man in einem WM-Finale und hat ähnliche Situationen wie bei einem Champions-League-Finale. Größer wird es nicht. Das ist das WM-Finale, wo die ganze Welt zusieht. Das ist ja Weltmeisterschaft. Vielen Dank für die Klärung. Wie war das Finale 2002 für dich auf der Bank? Ja, ich hatte drei Tage vorher 40 Fieber und die Chance, dass ich spiele oder reinkomme, eher gering war. Aber natürlich mitgefiebert und wir wollten Weltmeister werden. Und das Spiel ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Haben aber durch einen kleinen Patzer sind wir in Rückstand und haben das Spiel dann auch mit 2-0 verloren. Aber es war trotzdem ein Riesenerlebnis, die Weltmeisterschaft zu spielen. Und dann auch zurückzukommen, sind dann auf dem Römer in Frankfurt, waren, glaube ich, dann 15.000, 20.000. Also war schon ein geiles Erlebnis, was du im Fußball auch erleben wolltest. Ich wollte eine Weltmeisterschaft spielen und ich wollte Weltmeisterschaft. Das war mein großes Ziel. Ja, dafür lebt man ja, dafür macht man das ja, oder? Ja. Um da mal ganz oben hinzukommen. Dafür investierst du so viel und nimmst so viele Entbehrungen in Kauf. Es ist ja nicht nur gemacht mit dem Training, sondern die Leute sehen ja nie, in Deutschland wurde es ja immer noch, in Österreich heißt es, einkaserniert. Also wir waren immer im Hotel. Also ich war drei Tage die Woche, drei Tage die Woche war ich zu Hause. Also deshalb, ich war eigentlich nur unterwegs. Da gab es doch so eine lustige Geschichte mit dem Teambus, die du mir mal erzählt hast. Ich will, dass das die Hörer auch noch hören. Mit dem Teambus, der aus Kiew oder nach Kiew? Na, es war halt so, wenn wir Champions League gespielt haben, sind wir mit dem Bayern-Bus zum Flughafen und in Kiew, im Auswärtsspiel, hat uns dann den Bayern-Bus wieder abgeholt. Wer ist dann die ganze Zeit? Nein, 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 der ist schon ein anderes vorgefahren. Also die hatten, glaube ich, drei oder vier Bayern-Busse und der hat halt diese Strecke. Das war halt der Luxus, den wir uns gegönnt oder den, den sich der FC Bayern gegönnt hat. Und bevor wir jetzt... Aber das siehst du jetzt immer. Also egal, wenn wir hier sind, ist es immer der Mannschaftsbus. Da merkst du auch, wie groß die Dimension Fußball mittlerweile ist und früher schon war. Wir kommen tatsächlich zu deinem Karriere-ML-Spieler. Ja. Da frage ich mich nämlich immer, wie leicht ist es für einen Profifußballer, auf einmal aufzuhören? Eigentlich war es ziemlich einfach, weil ich war auch im Alter, ich war 35. Irgendwann weißt du, also war es für mich klar, dass es nicht mehr weitergeht. Für mich war dann eher dieses Abtrainieren ein Problem. Man sagt, man muss abtrainieren, weil du hast so ein Herz. Ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr joggen gehen. Was meinst du mit abtrainieren? Ja, weil du bist ja gewohnt, jeden Tag zu trainieren und Leistungssport zu treiben. Und du hast ja ein vergrößertes Herz. Durch Sport und Training vergrößert sich das Herz. Und man sagt, abtrainieren heißt runterfahren. Den Körper runterfahren, dass er sich an das normale Leben anpasst. Aber ich konnte nicht mehr laufen. Ich wollte nicht mehr joggen. Ich bin losgejoggt und nach einer Minute für was? Bis ich irgendwann mal unruhig wurde. Und dann wusste ich, dass ich wieder was tun muss. Wessel Snyder zum Beispiel, der ist ja einen Monat, nachdem man ihn im Stadion gesehen hat, mit einer schönen Kugel dahergekommen. Ja, die Pugel. Ich nehme an, es ist nicht so einfach. Ja, ich hatte, mein Laster sind ja M&M's in gelb. Und die 400 Gramm, also es hat dann schon, die Kilos sind sehr schnell nach oben geschnellt. Also ich bin jetzt auch, jetzt habe ich glaube ich 11 Kilo habe ich drüber. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Ich denke, dass du so ein Mensch bist, dass du dich immer verbessern willst. Und du glaubst, du kannst dich immer wieder verbessern. Ich glaube, du bist selten zu 100% ganz zufrieden. Kann das sein? Sollten Leute in meiner Umgebung beurteilen. Aber ich kann, ich hätte, nein, weiß ich nicht. Er kann auch, glaube ich, stressig sein. Wenn, dann für dich? Ja, aber auch die Personen, die dann in deinem Umfeld leben, glaube ich, dann, wenn du immer alles verbessern willst. Aber ich glaube schon, dass ich ja das Optimum herausholen möchte. Das ist ein guter Stichwort, weil auch wir werden das Optimum aus dieser Folge und in den nächsten Wochen. Okay, ein neuer Moderator nächste Woche. Auf jeden Fall. Das Optimum, wir wissen Bescheid. Naja, besser wird es nicht. Schauen kann man bei? mypodcast.com Schaltet es ein. Ganz, ganz. Schreibt uns. Kommentiert mit auf Instagram oder auf YouTube. Stellt Fragen. Bitte darum. Wir würden die gerne nämlich in die nächste Folge mit reinnehmen. Carsten, vielen, vielen Dank. Ich sage auch danke und wir hoffen, wir sehen uns wieder. Wirklich? Nein. Macht's gut. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Tschüss. Nein, das machen wir nicht. Doch, das ist Indruck. Herzlich willkommen zu einem Podcast, der... Wir müssen das nochmal machen. Das war nicht gut. Ich muss die Kamera... Oh, okay, gut. Machst du jetzt? Ja. Wo war denn das nochmal? Kennst du den Firmen? Fällt mir noch ein. Jetzt kann ich die... Da musst du die ganze Zeit dran denken. E.T. Das ist ganz E.T. Keine Ahnung. Aber ich sehen. Das ist ganz E.T.